hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play pokémon weiß zwei mit mir als von ipo game lp und dem wasser von team diamond ja könnte ich selber sagen genau wir sind gerade beim trainer gewesen gehen hier jetzt mal schnell raus ich bin synchronisiert das nächste mal nach und schwulen es eben vor damit das nicht so lange dauert hey und wie war es denn so den kampf gegen den arena leiter mein ich das ist auf der grundorten das ist ja unglaublich dann haben wir pokémon reise eben erst begonnen als trainer bist du offensichtlich gehörenpotenzial du kratzer tt im rückkehr also ich kann nicht anders sagen als t komm du synchronisierst mal den kälter jetzt kommt doch komm na wie geht's wir haben uns zwei jahren nicht mehr gesehen war es ist irgendwas passiert ich dachte vielleicht ist er eine gute idee wenn du mich den visokaster eintrage jetzt kannst du immer von dem visokaster irgendwas machen ich habe ein gesperrt der visokaster klingelt ja das macht mir kranz lese lieber nicht alles Könnt ihr euch, ihr könnt deine Zuschauer nicht lesen oder was? Was ist denn Franz? Also was? Also die haben hier so ein komisches Licht gehabt und dann... Genau, ein komisches Gespräch zwischen vier Leuten. Also der oben, der oben rechts ist so ein Kurs. Spako, ich weiß nicht was das heißt. Spako! Spako! Genau, unser Freund ist ja Fädower, das wissen wir alle. Und da ist der Professor Esche, der hat einen kleinen Fetisch, also der ist dann scheinbar. Und warum liegt mein Paar Pernolevel jetzt auf meinem... Ja, das sind die Teile. Das hab ich nicht gesehen. Die haben einfach mal Burg und mal Garten wieder rausgeholt nach so langer Zeit. Einfach fitzig. Ich krieg da mal Wut vor. Komm an den Garten. Einfach... Die machen ja schon nicht die Dinge. Ja und da hab ich halt Scheiße gemacht. Ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie... Da... Da... Wirklich? Da und dann... Ja, nee... Da muss ich wirklich sagen... Nein! Nee! Und da kommt der Pädobär. Und das ist der Pädobär. Bist du mir rein in der Leiter? Dann lass uns kränfen! Krämpfen! 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 Kaposchka! 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 Pia la pia! So ist mein Heim. Ich trage den Dönes! Bojo! Bojo! Jetzt kommt Speed! Bojo! 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 Na jetzt gleich mache ich Scheiße! Jetzt da! Ja da da! Da da! Ich hab die Scheiße gemacht! Wie es ist denn? Vermutlich hätte ich mir drücken... Da da! Ja da! Ja nein ja nein! Ich weiß es nicht! Du musst euch drücken! Ja nein! Ja oder nein! Dann mach ich Scheiß! Und dann vor allem kommt das... Oh wow! Das war das! Das war ein Bällsch! Oh mein Gott, die haben ein Visor-Ding. Damit können wir reden. Nein, damit können wir die US. Da gibt es WLAN drauf, damit können YouTube zu mir so angucken. YouTube. Ja, keine Kräfte. Ungespielt. Auf der Startseite. Wow. Er lässt einfach die Kopfe rauf, ohne dass da Ton ist. Genau, und jetzt rennen wir etwas schnell. Dann rennen wir in die andere Richtung und dann rennen wir wieder in die andere Richtung. Und dann rennen wir da, ja. Und gleich sehen wir einen spannenden Pokémon-Cump. Okay, ein schwules Fililoi erscheint. Los. Abu Dhabi. Ein Pokémon heißt Abu Dhabi. Das ist ein süßes Flank. Flank. Man setzt das Blut an und tot. Irgendwie wird ein Pokémon kämpft etwas möglich. Soll ich mal so richtig Zeit umrein machen? Wuuuut. 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 Lecker. Oh, noch ein Pokémon-Kampf. Und ein Nagelkotz ist da. Nagelkotz. 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 Wer sich für Pokémon interessiert, der sollte das besser abschalten sein. Aber, ja. Pokémon X und Y sind halt für neue Spiele. Und wir sind so in 3D. Und dann gibt's halt irgendwie eine Ultra-Entwicklung von Clorak und so. Ja, ähm. Mehr ist halt nicht so. Du kannst ja gleich mal den Link zu Bisa-Fans in die Beschreibung packen, dass die Leute, wenn die sich dafür interessieren, auch mal da gucken können. Ja. Und dann gibt's ja auch immer wieder auf diesen Monat und das. Oh ja, aber fährt jetzt wahrscheinlich irgendwie keinen einzigen Link irgendwo rein. Und ja, Pokémon X und Y. Ich finde, das ist sehr geil. Ähm. Ja, dass man jetzt draußen ist und so. Ja, es kommt am 12.10. raus. Ähm. Es gibt halt diese Mega-Einwicklung. Und Mega-Ultra-Super-Tuber. Super-Gamer. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 11. 15. 30. 21. 21. 22. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir sind hier und nicht schön. Ja. Ja, ja, ja. Nein, jetzt mein ich. Tschüssi.